also trinken habe ich gerade das gefühl dass man da episch viel von findet ja also ich nehme gerade mal deine weste wieder mit ja noch matchboxes solche mitnehmen können wir feuer machen doch damit wo seid ihr denn überhaupt schon wieder bei den garagen wo sind denn die garagen nach da toll das ist auch schon bergte mit stelle scheu hatte da ihr nehmt achso ich darf nicht meinen searing kit drauf anwenden ja nice ohne brille geil zack ja so ein ganzes darf das ich liegen ne brille und so ein töd hier sind hüte eine olivenhut und einen franzosen käppi wo seid ihr weitergelaufen bei den garagen hinten hinter der polizeistation ich habe ein hut ich habe ein seil gefunden bis man wieder weiß wie man jetzt steuert ne jemanden moped helm ne ich habe sonst teil ist ein hut jemand ne ho naja ich habe ein baseballschläger wird er nur homel nehmen glaube ich rechts rum richtung elektro ja man die nicht mal aufmachen glaube nicht rennt 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 die fleißigen bienchen rennt kann ja einfach die leise entlang rennen warte wir müssen da vorne noch mal eben kurz ein gebäude abchecken ok hier kann man nach bären suchen was kann man ja ach ja das geht ja jetzt aber du darfst nur die roten essen die blauen musst du kochen sonst wirst du krank und janos macht natürlich wieder den busch kaputt ist klar cool wusste ich gar nicht dass das geht ich habe nichts gefunden ja dann hast du nichts gefunden hier ist ein brunnen ich trinke nochmal eben voll und auf dem brunnen liegt eine verrottete tomate ich trinke doch nicht aus dem brunnen liegt ja nur oben drauf wenn du kein iphone hast hast du kein iphone you have not found a thing ja das soll noch mehr konserven hier geiler scheiß aber diese maske muss mal weg die ist so hässlich was ist denn hier eine blaue jeans herzlichen glückwunsch darf ich die tür öffnen bitte natürlich danke jetzt habe ich sie dir aufgemacht was ist das krasser shit was hast du denn jetzt gefunden gerade jetzt schuhe geiles kopftuch krasser so ein bandenner mäßig ja wobei es ist lila mit punkten ja dein ist cool ich habe einen cowboyhut ja also bitte ist zwar ein bisschen auffällig das ganze ding hier aber und ab geht die post ja gut kommt ihr mit ne das ist mir zu auffällig ich bin schon unterwegs wohl äh komm hier den grünen hut der passt besser wo seid ihr denn jetzt schon wieder mal auf der straße ach ihr seid schon wieder da ganz hinten ne booo k ab der unterāpnete abnete abmela abnete 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 dann herrn da dann da dann der bappen 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 Ok Da lief gerade irgendwas über die Straße, habt ihr das gesehen? Nein War es ein Schwein? Oder ein Hirsch? Oder eine Kuh? Nein, nichts großes Oder ein Pferd Gibt's Pferde? Ich glaub nicht Ich glaub es gibt nur Kühe und Hirsche und das war's auch schon Aber Pferde wären cool Mit dem nächsten Update sollen Bären reinkommen Bären? Können wir dir dann räten? Mhm Aber es ist auch noch nicht sicher, ob die dann Spieler angreifen oder nicht Ja, normale Bären greifen Menschen an Deswegen als Simulation Nein, das tun sie normalerweise nicht Warum nicht? Weil Bären scheu sind Ja, dann sollten die hier die vielleicht auch nicht gleich angreifen Außer wenn man auf die ballert Das soll ja simuliert werden, oder? Ja Bären sind nur neugierig Und solange man die in Ruhe lässt, lassen die einen auch in Ruhe Das sind ja nette Da spricht der Förster Ähm Ähm denen nix tut Darf's halt nur nicht panisch wegrennen und schreien Aber das würden die meisten machen Ja Aber genau da liegt das Problem Ich glaube wir werden verfolgt von irgendwem Wir? Was? Ja Ich glaub wohl Wieso? Da vorne siehst du den Busch da Welch? Also der relativ nah an der Straße steht Ja Da guckst du jetzt theoretisch geradeaus drauf zu Der wenn du jetzt Den etwas höheren roten Ja Der am nächsten zur Straße steht Ja Das sah gerade von Im Blickwinkel nach hinten so aus Als wäre da gerade jemand reingelaufen Kann man irgendwie Lift anhalten denn Daisy? Alter Ahnung Mein Kerl ist so am Pusten Ich kann überhaupt nicht zielen Hast du geschossen? Ja So Ich krabbel da mal grad hin ne? Ja hast du Ja es ist kacke weil ich noch kein Magazin für das Gewehr habe Ich muss jede Kugel einzeln nachladen Ja außerdem Hat die so ein kleines Kaliber du brauchst Also ich bin jetzt hier bei dem Busch ne? Nicht schießen Ich zumindest das letzte Mal 5 Kugeln mit dem Gewehr Bis ich dann mal ein Zombie tot hatte Nicht schießen ich bin im Busch Was? Ja Hier ist aber keiner Ne? Hau rein Ich meinte auch eigentlich eher einen Busch weiter hinten aber ist okay Noch weiter hinten? Ja ich hab auf den geschossen Wenn der sich da nicht tuckt ist er selber schuld Rounding and rounding and rounding Wird wohl richtig sein Und jetzt krieg ich ne Kugel in den Hinterkopf Die geht dann durch mein Schädel durch und trifft äh Dich dann auch noch da vorne Hier sind nichts und niemanden außer ein paar Steine Okay Dann hab ich mich wohl vorguckt Vögel Vögeln die Vögel? Nein Schade Man kann jetzt übrigens auch mit der Axt Feuerholz sammeln Wusstet die das? Ja Ja ich hab ja grad schon einen Baum umgenietet Also einen Busch Und mit der Spitzsacke kann man Steine aus Steinklumpen raus kloppen Super Ja Da hinten steht ein Zombie Bei diesem Silo Kann ich nicht sehen weil ich hab nicht so ein geiles Gerät wie du Das hab ich auch noch nie in diesem Spiel gefunden So ein geiles Guckrohr Ja so ein geiles Spanner Utensil Ja Finden halt nur die Leute die es brauchen ne Ja Es ist echt ganz praktisch Weil du auch so wenn du auf dem Airfield bist oder so Da kommt der Zombie Ja Wenn du auf dem Airfield bist oder so Ja Ja Ich kipp's dir du fetter Hässlicher Lauf doch doch nicht mit dem Besteuerten rein denn wir hinten mit Waffen stehen Obwohl lass ihn mal kämpfen Natürlich auch Jetzt schieße ich da sowieso nicht rein Sonst kill ich Kai nur Bam 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 Mach dich kaputt Kommt da noch ein Zombie oder war das Janosch Ne das war Janosch okay Mach Komm her Soll ich schießen? Nein lass 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 Ich brach dem richtig immer eins drüber über den Kopf Ist der tot? So steht er wieder auf Nein der ist tot Jep So Ist eindeutig tot jetzt ja Hinten wo hast du drauf geschossen? Auf den Kopf Ich hab ihm in den Kopf geschossen Brauch mal eben kurz ne nahrhaftes Sprite Äh Spite Entschuldigung Keine Schleichwerbung Ja hallo Gibt auch noch äh äh Es gibt ganz viele Erfrischungsgetränke Limonaden Sprite Fanta Cola Ach Scheiße Äh Fassbrause 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 Ja Malzbier Aber nur die Fassbrause die ohne äh alkoholfreies Bier gemacht ist Malzbier in PET Flaschen von Aldi Ne das nicht Malzbier in schönen äh in einer schönen Kiste Von Ich weiß gar nicht Ist das so ne gelbeetsche Kiste? Ne Nicht von Nicht von Nicht in PET Flaschen Ganz bloß In der Kiste mit Gladflaschen aber die Kiste ist so Ne Ne Ganz normale Bierkiste Nein Ja Ich weiß Aber die Kisten Aber die sind richtig billig Aber die sind ganz normale Bierkiste kann auch Da kommt ein Zombie Pass auf Janosch rechts von dir Rechts von dir Die sind richtig billig Weißt du wirklich Oder geh mal weg ich schieß Geh weg ich schieß Geh weg ich schieß Alter verfolgt dich ne Das ist blöd Shit Das ist nachladen Das ist keine Munition Ja ich weiß Ich hab irgendwen glaube ich getroffen Aber ich weiß nicht ob ich den zufrieden oder nicht getroffen hab Wow Alter wie er da liegt als wenn er sich sonnt ey War laut? Ja Äh heil dich mal Verbinde dich mal Janosch Oh Zombie Ja mach doch mal was Kai ist dabei Ja das bringt aber nix Doch ich hab ihm aufm Kopf geschlagen Das ist ein Military Zombie Ja aber er liebst Kann man die jetzt eigentlich neuerdings looten? Nein kann man natürlich nicht Ich hab ihm fünfmal in den Rücken geschossen Wenn er jetzt nicht tot ist dann weiß ich auch nicht Womit hast du denn fünfmal geschossen? Ach mit der Pistole Der ist eh wohl tot ja Ja Aber das ist echt so ey Mit der abgesägten Schrufflin da kommen die von überall an ey Die sind so laut Ja sorry aber ging grad nicht anders So weiter Ja Der mit seiner war Mörderachs da ey Ja ich hab auch so ne Mörder Da kommt noch einer Oh das ist ein Military Das ist ein Military Ja dann übernimm den anderen Oh Gott Ey ich will da nicht drauf schießen Yeah Einen hab ich Sonst treff ich noch Kai Hab ihn Irgendwo kommt noch einer Irgendwo kommt noch einer ja Hinter dir hinter dir hinter dir Schick Schick Warte wie der hier liegt ey Perfekte Arschwegstellung Oh Kann ich den noch umhauen? Ne kann ich nicht okay Ja Ja Wait mal ein second bitte Will mal eben Wait mal ein second Kann ich richtig englisch? Just a moment please Moment Take your time Ich muss noch mal eben kurz was futtern La 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 Hinter dir Zombie Ja ich kann grad nicht Au Er ist schneller, du komischer Typ. Machst du ihn jetzt tot, Janosch? Ja. Leute. Okay. Bitte. Gerne. Jetzt bin ich nämlich auch satt. Ich höre schon wieder einen. Wir können uns doch gar nicht hören. Doch, hinter uns schon wieder. Ja, das ist wegen dem Schießen. Ja, ich schieße nicht mehr. Immer noch? Ja. Meinst du oder soll ich? Ja, mach. Mit der Axt. Ja, klar. Das ist ein Military, das dauert sonst zu lange. Plack. Und tot. Hase? Gut. Ja. Warum denn hier die ganzen Military Zombies her? Das ist ja lächerlich. Da vorne sitzt schon einer. Warte mal im Kai. Warte mal im Kai. Ich will eben was trinken. Ja, da vorne sitzt auch schon wieder einer. Also von daher. Wo? Da an der Mauer da links. Links von der Straße an der Mauer. Ja, ich sehe. Ich sehe. Okay. Hab was getrunken. Kaum kommst du in die Stadt, fängt es um zu lecken. Und ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt, dass die eher kommen, wenn man rennt. Ja, das ist wohl korrekt. Boah, leckt das hier. Das gibt es ja gar nicht. Ich habe gerade auch relativ wenig Frames. Was hast du? Relativ wenige Frames. Ja, ich auch. Also diese hockenden Zombies, die hören einen auf jeden Fall später. Da kann man relativ nah ranlaufen, bis die das mitkriegen. Redet ihr noch mit mir? Seid ihr noch da? Ja, selbstverständlich. Okay. Du kannst es ja auch beisen. Nehm ich die einfach rein, so über den Kopf ziehe mit deinem Baseballschläger. Kannst du auch lassen. Kann ich jetzt was mit dem Zombie machen? Nein. Aber wie gesagt, ich habe auch nur 15 Frames. Da hinten steht auch wieder einer. Auf der Straße. Wo wollen wir denn hier rein? Polizeistation links da? Hier links die Garagen auf jeden Fall. Ja, okay. Also erst die Garagen. Nur die wichtigen Gebäude. Die anderen sind uninteressant. Und Autokofferräume sind im Moment auch ziemlich cool. Da habe ich zumindest das letzte Mal coole Sachen drin gefunden. Zum Beispiel schwarze Farbe. Will ich damit was ansprühen? Nein, natürlich nicht. Hier sind ein paar Boots drin. Ich glaube noch irgendwas an Munition oder irgendwo trinken oder so. Oder kommen wir nicht ran? Lol, ich habe sechs Steine gefunden. Hat jemand 9 Millimeter? Ja, 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 ganz viele. Ja, hier. Wo bist du? Achso, ob ich die brauche? Ja, ja. Ne, brauchen tue ich die nicht. Ich brauche diese ACP-Dinger. Uh, ich habe ein Knicklicht gefunden. Ich habe eine Daunenjacke gefunden. Da denn? Oh, ich habe ein Kuckchen gefunden. Hm. Ein was? Long Range Scope. Cool. Deil. Hast du gesagt ein Kuckchen? Ein Kuckchen. Ist das nicht? Nein. War noch was in den Garagen hier drin? Was irgendwas wichtiges? Geht jetzt in die Polizeistation rein? Ja, wollte ich auch. Aber die Treppe wurde vorne runtergefallen. Ich gehe in die mittlere Etage. Du bist ja mit dem blauen Rucksack, Kai, ne? Sie. Und den Baseballschläger und der Motorradjack. Und ich habe einen roten Rucksack und einen Kauberhut. Und... Ach, noch was zu trinken gefunden. Das. Bier. Ich habe Bier gefunden. Auch gut. Was habe ich denn hier gefunden? Injection Vale. Ja. Warum nicht? Alter, ich habe so viel zu trinken jetzt gleich, ne? Oh, hallo. Juhu. Der oben zufälligerweise eine Waffe? Ja. Eine CR 527 Karabiner. Was? Weiß nicht, was das ist. Gewehr. Nutze denn für Munition? Das braucht die Großen, glaube ich. Die 7, irgendwas. 6, 2 mal 39 braucht der. 6, 2 mal 39? Ja, ich habe einen Zombie. Ich auch. Der hat geschrieben. 7,6, 2 mal 39? Habe ich welche von? Ja, die brauche ich. 7,6. Da kommt übrigens eine Menge Zombies unten rein jetzt. Okay. Oh, die sind schon hier drin. Fuck. Hä? Unten drin? Oh, fuck. Die sind überall drin. Scheiße. Komm nach oben, komm nach oben. Ja, zu spät. Ich bin wieder unten rausgelaufen. Drei Stück. Und ich habe keine Munition. Ja, jetzt sind Glückwunden. Da ist noch ein vierter. Jawohl. Kommen die dir hinterher? Ja. Einer zumindest. Die anderen beiden sind noch im Gebäude. Ja, ich weiß. Die waren vorhin in der Wendeltreppe. Eine Etage. Hast du den weg, den Militärding? Sonst mache ich den eben. Na, geh weg. Einen Hit hat er. Zwei hat er. Ist down. Wo kamen die denn jetzt auch immer alle? Ey, 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 das war ja ekelhaft. Leg mir mal die Munition auf den Boden. Guck mal. Da kommt noch. Liegt's? Irgendwo ist hier noch einer. Ja, ich höre einen. Der ist irgendwo oben drin. Im Gebäude noch. Müsste der sein. Kommt. Boah, verbind dich erst mal. Hast du mir die hier hingelegt? Ja, irgendwo da liegt die rum. Ah, hier. Ja, alles klar. Ist die richtige, oder? Ja. Hinten links auf der Straße. Also von mir aus links kommt einer an den Rand. Ja, steh. Der kommt zu dir, Kai. Eben die Waffe aus. Sechs brauche ich.